Hallo, ich bin Shanta Mayanandi, ich bin gerade aus Paris eingeschneit. Ich bin Teil des Stuttgarter Innovationsfonds und Mitgründerin von Finding Sustainia. Was ich so toll finde, ist, dass die Menschen sogar nach so einer krassen Konferenz wie der Urban Future die EDRG aufbringen, hier zum Super Impact Day zu erscheinen. Und es ist wirklich eine unglaublich tolle Location hier, ganz tolle Impulse. Und ich habe jetzt gerade das erste Mal in meinem Leben an einem Purpose Slam teilgenommen. Das heißt, mit Musik unterlegt konnten wir hier einfach mal unsere Five Cents teilen. Und ich werde diese Zeit in Stuttgart in unglaublich toller Erinnerung behalten. Also überhaupt ist irgendwas ganz toll an Stuttgart. Also ich nehme sehr gerne Aufträge in Stuttgart an, weil einfach die Menschen so engagiert sind. Die sehen Probleme und dann gehen sie die direkt an. Also ihr macht ja schon was richtig.